Isst mehr Margarine, dann bleibst du fit und gesund. Das sagt die Industrie. Natürlich, sie soll ja auch im Vergleich mit der Butter für den Cholesterinspiegel super sein. Vorsicht, diese schmierige Aussage kann langfristig krank machen. Im späten 19. Jahrhundert war Butter teuer, also hat man nach Ersatz gesucht. Und auch damals waren Pflanzenöle billig. Blöd aber auch, dass sich das flüssige Zeug schlecht aufs Brot schmieren lässt. Das billige Öl wurde gehärtet. Und genau das ist das Problem. Dabei entstehen Transfettsäuren. Killerfette, die deiner Gesundheit mit langem Anlauf in den Hintern treten. Nimm Butter. Am besten die von Hand massierten Weidekühen. Zum Beispiel die von Kerrygold. Nein, ich bekomme kein Geld für diese Empfehlung. Ich nehme sie halt selbst. Die Milch kommt von Kühen, die das ganze Jahr auf grünen Wiesen stehen. Und genau das sorgt für ein optimales Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis in der Butter. Ohne diese gefährlichen Transfettsäuren. Und wenn du die Butter nicht eimerweise in dich reinschaufelst, dann lässt es deinen Cholesterinspiegel auch komplett in Ruhe. Ich lasse mir auf jeden Fall nicht die Butter vom Brot nehmen. Und du? Ab April gehe ich mit meiner Show wieder auf Tour. Du findest hier die Termine. Schau dir mal ein paar Ausschnitte an und kommentiere, was du davon hältst. Und wenn du dann das Ganze mal live und in voller Länge sehen möchtest, dann klickst du hier. Hol dir gleich eine Karte, dann sehen wir uns bald. Und wenn du bis dahin schon irgendwas verändert hast, dann komm unbedingt in der Showpause zu mir an den Buchtisch und erzähle mir davon. Ich bin wirklich gespannt.